Das Gold steht schon seit jeher für eine sehr stabile Anlageform und genießt schon seit langer Zeit eine sehr große Beliebtheit unter den Anlegern, die ihr Geld in sichere Anlagemöglichkeiten investieren möchten. Warum ist das Gold so beliebt? Gold ist ein Edelmetall, das sich über Jahrzehnte hinweg als stabile Geldanlage erwiesen hat, die keine großen, aber regelmäßige und stetige Wertsteigerungen zu verzeichnen hat. Zudem handelt es sich beim Gold um einen Sachwert, der sich somit als optimales Gegengewicht zu den Geldanlagen eignet, die unter der Inflation leiden. Während das Geld an sich weniger wert wird, wächst der Wert des Goldes auch dann, wenn die Steigerungen in letzter Zeit keine großen Sprünge versprechen. Der Zinssatz für alternative Geldanlagen ist also ein wichtiger Punkt in Sachen Wertbestimmung und Entwicklung des Goldes. Solange die Zinsen so niedrig sind, bleibt das Gold eine immer sehr bevorzugte Art der Geldanlage. Ob und wann sich das ändern könnte, hängt also sehr von der Zinspolitik der Notenbanken ab. Schon lange wird dabei mit einer Wende gerechnet, die das Zinsniveau wieder ansteigen lässt. Selbst wenn es zu Zinssteigerungen kommen wird, werden diese voraussichtlich erst einmal in moderaten Schritten ausfallen, sodass die Attraktivität des Goldes nicht schlagartig abnehmen wird. Kannst die Zinsen so sehr, denke ich an den Zinsen, falls das zins los Siemens in der Zinsen nicht verfolgen, bis zum Zinsen nicht zu spüren,